Hallo und herzlich willkommen zu unserer Erde. Ja, heute ist die Kängururatte dran. Kängururatte, was bewegt sich wie ein Känguru auf zwei Beinen fort und... Ne, ist aber gar keins. Die Kängururatte, diese zu den Taschenmäusen zählenden Nagetiere zeichnen sich durch eine weitere Besonderheit aus. Sie müssen nicht trinken, denn sie decken ihren Bedarf fast ausschließlich über ihre Nahrung. Dadurch sind sie perfekt an das Leben in der Wüste angepasst.